Stromwende umgesetzt, Energiewende verschlafen. So hart klingt es immer öfter in den wirtschaftlichen und auch wissenschaftlichen Kreisen bundesweit. An die sogenannten Stromautobahnen vom Norden nach Süden wurde schon rechtzeitig gedacht. Entspeicherung und die Umwandlung vom Strom hingegen nicht. Die Folge ein großer technologischer Rückstau, der jetzt dringend nachgeholt werden soll. Mit der Proklamierung der Energiewende war zunächst nur die Stromwende verbunden und andere Bereiche wie Verkehr und Wärme sind außen vor geblieben. Man hat also nicht in Systemen gedacht und auch jetzt bei dem Ausbau der erneuerbaren Energien, sozusagen dann auch im Stromsektor, beim Netzausbau zum Beispiel, ist man an gewisse Grenzen gestoßen. Die Wissenschaftler arbeiten unter Hochdruck und die ersten Projekte sind schon ans Netz angeschlossen. Vor allem bei der Speicherung von erneuerbaren Energien gibt es mittlerweile gute Beispiele. Ein weiterer Fortschritt wäre zwar möglich, hängt aber mit erheblichen Kosten zusammen. Nicht nur bei den Anlagen selbst, sondern beim Endprodukt auf dem Markt. Sie wie normaler Endverbraucherstrom behandelt werden, sind sie so teuer, dass sie regelmäßig nicht konkurrieren können. Und wir tun das bei der Umsatzsteuer ja auch nicht. Da haben wir ja auch oft mehrere Handelsstufen. Ein Landwirt produziert eine Ware, sie wird dann in der Molkerei verarbeitet, wird hinterher verpackt, wird vom Großhandel gekauft. Die zahlen die 19% Umsatzsteuer oder die 7% bei Lebensmitteln alle nicht, sondern nur der Endverbraucher zahlen sie. Wir werden ähnliche Lösungen auch in diesem Bereich brauchen, damit das konkurrenzfähig wird. Die Lösung wäre, die Erneuerbaren stärker vor Ort der Erzeugung abnehmen zu lassen. Nicht nur via heimische Steckdose, sondern in einem breiteren Technologiekreis. Sektorenkopplung ist das Stichwort dazu. Vor kurzem wurde in Mecklenburg-Vorpommern die Schaffung eines Windclusters angekündigt. Es soll ein Verbund für alle Unternehmen sein, die an der Energiewende direkt teilnehmen wollen. Da gibt es dann die Möglichkeit, dass man eben neben der Information eine entsprechende Beratung macht. Es gibt Beihilfe, das Beihilferecht, Förderrecht, also alle Möglichkeiten, die es auch gibt, wirtschaftlicher Art, wirtschaftspolitischer Art, um so etwas zu begleiten. In der Praxis soll es künftig heißen, wer sich in MV die Arbeit als Zulieferer für Windenergie sowie andere relevante Branchen vorstellen könnte, bekommt ein grünes Licht für seine Vorhaben. Dabei können aber auch erhebliche Umstrukturierungen in Frage kommen. Eine Sonderförderung für solche Fälle gibt es nicht, dafür aber durchaus spannende Perspektiven. Ein Beispiel ist in Greifswald Campfire, die prüfen, wie man aus Strommengen, egal ob nun in Überschusssituationen oder auch aus normalen Strommengen, Ammoniak herstellt. Da haben sie hier im Lande wenigstens einen großen Düngemittelproduzenten, der an Ammoniak großes Interesse hat. Zum Beispiel die Stadtwerke Rostock haben Siemens-Gasturbinen, da können sie 10 Prozent Wasserstoff zuführen. Das heißt, wir werden also diesen grünen Wasserstoff schrittweise dann in die Anwendung bringen. Eine aktive Mitwirkung beim Windcluster MV hat bereits das Fraunhofer-Institut übernommen. Das Vorbild soll der Mitteldeutsche Automobilcluster sein. Das Ziel ist es, einheimische Vorleistungen in den Produktionsketten zu stärken. Interessant vor allem sind Projekte im Bereich Sektorenkopplung, zum Beispiel Schaltschränke und Batterien, bis hin zu den gesamten Speicheranlagen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017